Schöne gute Nacht, herzlich willkommen. Es geht heute. Ich hoffe, ich berechne die Sachen immer rechtzeitig, weil wenn ich aufnehme, habe ich natürlich ungefähr einen Blick, wann sie ausgestattet werden. Aber wir sagen mal, die Nacht von Donnerstag auf Freitag mit einer neuen Runde. Gregor spielt Metal Gear Solid V. Wir hatten das letzte Mal aufgehört, mitten in einer Mission. Wir müssen einen Gefangenen befreien aus Kabul und den haben sie reingebracht in eine Basis. Und ich werde jetzt einmal meine Ablenkung, da können wir gerne aufs Ingame schon mal raufgehen, denn ich werde euch mal zeigen, wie cool man mit den Magazinen hier Leute ablenken kann. Ihr seht da unten, da ist eine Wache drin. Aber sie will nicht rauskommen. Was ich jetzt aber mache, ist, werfen wir im Magazin hier hinten. Was ist denn das? Das habe ich da gehört. Ich habe unendlich Magazine. Jetzt kommt er raus. Der hat einen Hut an. Der hat einen Hut an. Ich wollte gerade sagen, wie cool das war. Aber jetzt, dadurch, dass ich so viele Headshots verteilt habe. Das in den Bauch ran. Das geht jetzt hoch und checkt. Ich will euch aber mal zeigen, wie man das macht. Ach so, das muss ich mal mitnehmen. Das ist ein Schwein. Einfach so weggemacht. Mal sehen, wie viel Stirn. Analysis complete. Und die Zeitung müssen, rüber zu gehen, während der unterwegs ist und näher dran an den Gefangenen zu kommen. Analysis complete. Ich will vielleicht mal wieder die Airstrike-Nummer machen. Das heißt, commandieren zur Ablenkung. Ich mach das mal hier. Weil die sind mir jetzt hier alle sehr dicht gestaffelt. Das heißt, ich will einen Helikoptersupport, Air Support. Please select a strike point. So, bitte einmal hier. Weil ich hier komme. Support Helikopter requested. Ich hoffe, dass wenn der Support Helikopter da ist, dass wir alle da hinlaufen. Ich muss ihn holen lassen. Der ist ja nicht rein. Und da ist der zweite. Will ich hier schon mal runter, oder? Also ich muss ihn hier freibar nicht runter. Ja. Ist denn die Sicht? Die Gruppe sind in der Gruppe. Das ist der Kaffee. Die Schäufe sind in der Fluchtfläche. Die Schäufe sind in der Fluchtfläche. Was ist ein Loch oben? Musst du jetzt da rauslegen, oder ist das Loch? Ja, das ist ja nicht. Musst du ihn da nochmal rausfragen. Oh, was ist denn da über uns? Nein! Nein! Ich sehe, dass ich das verdödelt habe hier gerade. Oh Gott. Ich möchte dich irgendwie nicht mitnehmen. Was soll denn das? Ja, da oben ist doch frei. Wieso fällst du wieder runter? Oh nein! Das ist schon im Arsch! So kann ich ihn da nicht aufwuchten. Oh Gott, das ist alles für den Arsch! Was soll ich jetzt hier? Oh Gott, das ist alles für den Arsch! Ich hatte diese Mission doch schon! Ich hatte sie doch schon! Kann doch nicht angehen, ey! Echt nicht angehen! Echt nicht angehen! Den Gefangenen lassen sie da! Ey, wieso kann ich denn den Gefangenen... Wieso kann ich denn mich nicht hochwuchten, wenn ich den auf den Schultern habe? Das ist doch purer Bullshit, dass sowas nicht funktioniert. Und da ist noch ein Airstrike. Und da ist noch ein Airstrike. Und da ist noch ein Airstrike. Ah, dann treffe ich den. Ich ärgere mich so sehr. Ja. Hier hinten? Echt alles abgesperrt! Das gibt es alles nicht! Okay, wie kommen wir da raus? Ich will jetzt auch nicht den Safe neu laden, weil... Ich glaube, ich müsste ultralange warten, bis das funktioniert. Was für ein Käse ist das denn? Zieh mal da raus mit dem Kran. Das ärgert mich so sehr. Das ärgert mich so sehr. Kann noch nicht mal so viel. B hat er eins. Okay, schön. Spocken, öffnen wir, dass wir gegen den Schrauben verraten. Der Schrauben muss sich immer wieder auf den Schrauben verraten. Schrauben Sie bitte auf den Schrauben. Rheum. Fajmol ihn! Rutscht immer wieder runter jedes Mal. Das ist kompletter Bullshit, ey. Also merkt euch, Leute, nie mit einem Gefangenen auf dem Rücken da runter. Man kriegt den nicht mal raus. Man kriegt den nicht mal raus. What the fuck war das? Wo schmeißt der mich jetzt raus? Ganz am Anfang der Mission, oder was? We have a fix on the target's location. We just have to figure out how to get close and pull them out. Das ist doch ein dummer Bullshit. Eine schnelle Variante. Wow, was für eine Nerverei das war gerade. Der R-Support hat die abgelenkt, wenn ich da nicht reingestürzt wäre. Irgendwie wieder auf 180. Das ist nicht zu sehen. Das ist das Teil der Rutschleins. Das ist gut. So, dann sind wir gleich wieder an der Stelle, wo wir vorhin waren. Ich mach das jetzt mal ein bisschen anders. Da drinnen steht der Johnny. Wir werden ihn jetzt mit dem Magazin rauslocken. Aber dann werde ich ihn nicht versuchen, in den Kopf zu ballen, weil er ist halt diese Helme an. Warum haben die Helme an, ey? Das sind dumme Schweine. Du siehst keinen da. Jetzt laufen die Magazin auswählen. Den will ich zumindest mal wegwürgen, weil es ist der, der mir gefährlich werden könnte. So, das Magazin. Jetzt müssen wir jetzt haben wir die Pistole. Was ist das denn mitzunehmen? Was ist das denn mitzunehmen? Lieber, wir müssen uns riskieren, den mit den Folgen rauszujagen. Dass hier keiner patrouilliert. Direkt dahinter. Also, wir hatten das, ne? Wer steht da? Wo könnte ich dann raus? Also, bloß nicht ins Loch wieder reinfallen. Da gibt es hier. Und das war's. Hier steht der einfach. Analysis complete. Ich kann das den. Ich kann das hinbekommen. Okay. Ja, ich will sie nicht weg. Deshalb war es, deshalb kein Folgen. Ich hab gar nichts zu mir, Alter. Ich hab im Eifel des Gefäßes nicht gesehen, dass Fult nicht funktioniert, aber wenigstens das Rauskommen hätte da sein müssen. Wo kommt denn der Hubschrapp-Schrapp hin? Rede nicht, ich rette dich. Wow, war das nervig. Wer ist denn der Malak? Wer bist du denn dann? Der war zu verletzt für Furschen. Ich hab Angst, Malak, ich hol dich da raus. Da haben wir uns gemerkt, also... Hatten wir gerade gesagt, dass wir gemerkt haben, dass der Gefangene weg ist? Solche Extractions, die hat man hier nicht mehr so oft gehabt, dass man hier mal ein paar Hubschrauber rausholen muss. Hatte man echt nicht mehr so oft, das hat man in Ground Zeroes eben komplett gemacht. Da gab es sogar keinen Folgen. Hatten sie noch gar nicht eingebaut, die Funktion. Hat die auch nicht gebracht. Genau. Weil da war ich ja wirklich zu einer... ...Auflaktion. ... ... Oh, Rank A, immerhin. No Kills. Perfect Stealth war leider nicht dabei. Reflex musste ich natürlich benutzen. Und ich hab einen von drei gefangen. Aber in 20 Minuten die Mission ist kein Mensch. Accuracy. Ja. Ich hab fünfmal geschossen, viermal getroffen. Das ist doch was, ne? Fünfmal geschossen in der ganzen Mission nur. Und? Das ist eine ganz gute Balance, die ich bekommen habe. Was? 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 The target you extracted, Malak, is saying that he's never heard of our client. What's more, he says his village was destroyed long before he was ever taken prisoner. Apparently it fell victim to some sort of disease that was completely burned to the ground. Malak was out on a mission at the time, and that's the reason why he alone survived. But the question is, who hired us to find him? According to Malak, he saw strange soldiers snooping around the village when he got back. Turns out they were members of Cypher Strike Force XOF. My theory is they wanted to get their hands on Malak to question or silence him before the Soviets could get to him. Cypher was just using us to cover things up. All that crap about Malak's relative was a front to convince us to retrieve him. But an entire colony just wiped off the map. It sounds a lot like the Hamid during the Honey Bee incident. All I know, boss, is there's no way in hell I'm handing Malak over to Cypher. I've decided to bring him back to Mother Base instead. He's one of us now. We told the client through a cutout that the target was killed. For some reason, though, they still paid us everything we were owed. Cypher's obviously up to something. And this is probably just another preemptive cleanup operation to them. But to Malak, he lost his village, his family, everything. And he wants his revenge. In other words, he's one of us. Boss, the scientist Amaric wants us to find him so he can defact. He should be inside the Serac Power Plant. Make contact with him. A bit more. Maybe you can defact. I've heard that with the Serac Power Plant. Gucken wir mal kurz. Das ist wahrscheinlich, dass ich diese Cytopps erst machen muss, weil volle Missionen sind immer da, ne? Ja. Cytopps aber. Wie wollen wir nicht? Warte mal, Combine Deployment will ich mal machen. Please select a Mission. Das war Successful. Okay. Kann ich losschicken. Also drüben. Was wollen wir denn auch noch? Nur zwei. Oh. Hier ist aber nicht Claim Your Rewards. Ah, da sind noch welche von den Missionen zurückgekommen. Entschuldigung. Oh, einige Leute dazugekommen. Oh, 760. So viel hatte ich ja noch nie. Das hatte ich ja noch nie. Staff assigned. Organized Base Facilities. Wow, und ich finde sogar... Bahnplattform sogar noch ein bisschen größer. Bahnplattform ist sowieso ganz gut, dass wir das machen, weil das ist ja unser Hauptding. Die Bahnplattform erstmal bevorzugen. Wenn die hier noch auf eins von vier sind. Also die später erstmal mit der Intel und der Medical. Also auch zwei Stunden für die Kunden. Die Plattform. Okay, es sind neue Sachen dazugekommen. Developments. Was können wir hier machen? Please specify a project. I've arrived. Super effective range. Raring speed aim correction. Aber dafür. Range, Grooving. Ist besser sogar als das davor. Aber ich muss mal, wenn ich jetzt hier sowas habe. Die 17 Minuten. Ich muss mal die, die weniger kosten. Dann habe ich da nämlich alles schon mal. Grenade Launcher. Ein paar bessere vielleicht ist das. Detachable Grenade Launcher. Aber guck mal. Penetration. Der kann mehr Damage machen. This is Cased Ammunition. Das ist natürlich auch bei 450.000. Muss ich nochmal. Mal suchen. Lass uns mal hier. Das ist die Waffen-Developer. Nicht für die. Wird mal egal. die Flaschreifung. Popoff. Und. Die. Smoke grenade. Deepaw. Lenken. Und jetzt noch dazu. Die Förtensweifung. Eht gerne. Einfach mal ausgeben. 1980 haben wir. Z aprende. Wird dafür. Da habe ich, dadurch, dass man nur eine limitierte Auswahl hat, habe ich die jetzt nicht so viel genommen. Machine Gun, that fires rubber bullets. Ah, okay. Das war es auch. Räumen. Das ist gut. Dann lass uns mal Emmerich. Da wollte ich schon sagen, das ist ja Autokon. The legendary brown bear? Was ist der? Ich könnte, obwohl, aha, dann muss ich so einen Riesenumweg fahren. Das machen wir später. Kann ich das hier nehmen und dann, hier ist ja ein Durchgang, ne? Obwohl, ne, 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 ich weiß, sobald ich hier bin, hier komme ich nicht hoch. Diese Kante hier, die ist zu hoch. Wir probieren es mal. Captured legendary bear? Das wäre ja auch was. Also, falls ihr der Story gefolgt seid. Papa Emmerich. Ist doch der Papa oder ist es der Opa von Autokon? Ne, das müsste der Papa sein, ne? Ich muss mal nachdenken, obwohl, ne, es müsste eigentlich der Opa von Autokon sein. Wenn wir jetzt im Jahr 86 sind, müsste Autokon so geboren werden. Oder kurz davor geboren sein, weil das Metal Gear Solid ist das Spieljahr 2000 irgendwas. Der war ja nicht älter als 20 oder 30. 30 war er nicht da. Müssen wir mal checken. Aber Emmerich-Vorfahre, der angeblich dazu vor neun Jahren geführt hat, dass Cypher uns gefunden hat. Skull und die XRF-Truppen und unsere alte Station zerstörte, als ich neun Jahre im Poma lag und Larm verloren habe. Ah, guck mal, wo er mich jetzt rausschmeißt. Dadurch, dass wir dieses Gebiet befriedet haben, sozusagen, hier, wo wir weit bekämpft haben. Kann ich hier jetzt auch landen. Aber ja, wir wollen ihn aus anscheinend russischer Hand in der Gefangenschaft, das ist es eigentlich nicht. Der will ja defekt, ne? Defekt bedeutet, er möchte zu uns übertreten. Ein Flüchtling, ein erfahrener Flüchtling. Also hat er doch für die Russen gearbeitet, oder mit den Russen zusammengearbeitet, und kann jetzt nicht von sich aus stellen. Ich werde bestimmt, bekommt bestimmt keinen Heldenempfang, wenn wir ihn rausholen. Also irgendwas, irgendwas ist da im Argen. Ist da wirklich richtig im Argen. Wer hat uns bezahlt, Malak da rauszuholen? Das ist auch tough. Mal gucken, hier hoch. Also da ist ein Outpost. Eine Toilette, natürlich. Auf beiden Seiten. Okay. Also wenn ich dran vorbei bin, links und dann rechts. Bisschen abgeschiedener, der Part hier. Da ist ein Jeep herum. Wille gefährlich. Aber. Ich bin mit dem Jeep vorhanden. Enemy presence detected. The map has been updated. Deployment designs fertig. Oder? Ne. Diese ist nicht gerade irgendwas Deployment fertig. Oh. Gleich mal. La la la. Unauffällig wie sonst was. La la la. Während ich hier gerade schön durch die Pampa fahre. Gehen wir kurz in die Werbung. Schauen, ob ich unbeschadet ankomme. Bis gleich. Ich bin mit dem Jeep. 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 Vielen Dank.